ARD Text im Auftrag von Funk Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Schon? Was macht denn dein Kopf? Was? Was? Was schon? Erst mal den anderen sehen sollen. Ja, vielleicht, der hat keinen Kratzer. Jo. Und find peace. Just as a shepherd guides and protects his flock, this stone will guide you the right path. This is the stone of forgiveness. May the gate to the kingdom of God be open unto you. We'll be right back.